Wir sind unterwegs auf dem leichtensten Weg und hier in Faduz. Das ist Schloss Faduz. Dort kommen wir aber nicht hinein, weil dort wohnt die Fürstlich-Familie. Aber jetzt kommt es. Wir können in die Schatzkamera gehen. Und dann schauen wir uns an. Hier hinein kommst du nur, wenn du hier bist. Hier ist unter anderem der Fürstenhut ausgestellt, vom ehemaligen Fürsten Karl. Es war die Krone des Fürsten. Es gibt auch die seltenen Fabergé-Eier. Oder den Mondgestein von der Apollo 11 und der Apollo 17 Mission. Es ist kein Riesenmuseum. Aber es ist eben eine Schatzkamera. Und dann kann man sagen, man war in einer Schatzkamera.